Die Wunde ist nicht sehr tief, aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist.